hallo zusammen sind wir wieder in clash und der rest ist der artefakt jawohl wir probieren den noch einmal kommen können wir da eigentlich direkt runter da können die spielmechanik immer ausnutzen der folgt uns so der holt uns doch und zählt platz hoffentlich dann da können wir gar was ist denn los fliegt doch nicht immer durch die gegend her und zieht mal ein paar andere zucker was ist das was soll ich gesagt was das wieder ist genau vergessen und dann und dann aber nicht markierer von dort haben man sich auch schlagen erkennen jetzt gleich also alles okay ja dabei ist der zähne schon bei ihnen was davon ist aber in der art der schweinste sei oder die hesschen du eigentlich schnell in ralf kann man homstag gehabt hat ralf käse passt jetzt okay warte mal dann machen wir die ruhe leer bei sammle aufmacher ja achtung und weg wir haben jetzt ein säbel vielleicht haben wir wär's mit laufen wir haben einen knochen säbel wir können an die ego perspektive bei dem in die ego das ist die cps oder so waren sie mal am nee halt muss ich schon hätte ich konnte doch was ich da alles habe ich weiß es nicht materialien leitung noch ein säbel durchhaltevermögen plus 1 ausgerüstet ach so so dann haben wir schon wieso haben wir jetzt geleber weil wir nicht haben nicht schlafen müssen uns erzählen wir haben das zelt abgebaut lade da ja lade geht schnell mal super machen eine trinkflasche klar habe ich jetzt nicht verstanden warte mal also also wenn ich jetzt x trick dann zieht er blitzschnell den knochen säbel oder wieder ein siedler ralf pass auf wir machen wir alle jetzt du musst nah genug raum denn zu fixieren konnte ich weiß es nicht doch eben was machen wir dann ein bisschen behämmert weg haben wir schade gemacht schon irgendwie jetzt könntest du angreifen ich bin doch nicht blöd er tritt aus musst du umkreisen der vogel macht dich verrückt da herald bleib doch mal sitzen soll dich ablenken achtung spezialattacke oh das hätt ich blocken können weg 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 also herausfordernde kämpfe muss man schon sagen muss in dem sein oh oh ralf hat ihn auch gegriffen die hat ihm das ding abgekaut ober der korn ach du ach du ach wir haben wir nenn wow das oh das ist da können wir eine ganze Woche von dem fleisch leben oh der zäh oh der brutale so und jetzt das ist ein Leiter das ist nicht so wie ein Eldrück Haltungen Haltungen oh oh du scheiße Freunde die werden immer stärker und ich ausdauere auch wo ist denn markiert überhaupt ich glaub es nicht es war aufwärter ja klar das habe ich schon gesehen wir könnten auch blocken aber ich kann gar nicht blocken in dem spiel ich bin zu blöd dazu der hat es geblockt ok ok das ist halbzeit oh Gott sei Dank das war so knapp Freunde stammeln mal die Lampe rein okay aha 1203 things punkt hammer behrhaltung Mammuthaltung oh wow astrolog ist aber der gleiche und die betäubung was mammuthaltung was machen wir damit das ist der aufwärts ich habe es nicht verstanden da können wir jetzt noch nichts machen aber die mammuthaltung hallo bleib doch mal da drin in dem meeting da ja wie man wie geht die mammuthaltung und ich blick da einfach nicht durch braucht er noch ein viertel jahr ok pass mal auf langsam mammuth das linke da unten macht dich verriegt haben wir eigentlich schon irgendwas fortschritt erzielen war haben wir noch eine waffe krieg von dem 45 haltbarkeit ich sag bloß du musst den kram auch noch reparieren oder schwerer angriff und jetzt wie mache ich die mammuthaltung warte mal freunde ich habe das jetzt habe ich schon wieder vergessen gehabt wir haben wir dort einstellungen audio ding und steuerung brise da habe ich so also steuerkreuze nach oben ist herausfordern ritual also rennen das ist okay haltung ändern links oder rechts abwehren ist rechte bauen der linke bauen und lte ist nicht belegt links spezialattacke ausweichen springen hause ja gesundheit verbrauchen halten rt halten so rb was rb ist rb ist ich perspektive gibt drei vier brise jetzt hätte ich gekommen die honor gucke ich mal gar nicht und blicke ich überhaupt nicht mit durch haltung so das dauert aber aber dann wenn du schade machte macht nicht mehr schade wie mit dem anderen oder wo waren das jetzt doch mehr wissen das ding ob laufen wir hier mit der mammuthaltung die ist langsamer machst aber genauso viel schade nähe halt quatsch betäubung und schade ist das gleiche aber der rote balken ist länger was bedeutet es ja auch noch ausdauerschutz das ist zu 1 5 guter leider das ist das blaue lila ist angriffsleisten und rot auf wo das kraft ich weiß nicht ob ich das durchsaltervermögen ist es es ist auch blau naja das scheiß drauf kommt jetzt mal ok noch einmal noch einmal wenn man der ausdauerbalken da oben da hat er den kreis da das ist weniger oder das ist auch nicht weniger ja 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 und jetzt jetzt haben wir das geld geklärt und das habe ich jetzt bin man mutter man kommt immer der motto ist das so ein rotodendron oder was war doch da war doch irgendwo achte auch noch wieder ja er kommt dann da oben runter wir könnten das jetzt mal probieren war nix musste es mit dem du scheiß für abo schnee betrag klar anna doch auch ich bin in der ego wieder weg ist er ausgeht reise um haben nicht immer so viel schade kriegt da auch nicht eure griffe in den kampf vielleicht so dass ich verflogen das können sie auch einfach ne da ist er macht schlachten schlicht schlutschen ab und jetzt wenn man jetzt raste die sind wieder da ist dann der und auch ein tonner busch oder was das war da ist er dann auch wieder da das ist kein toller busch das ist irgend so warte wo ist denn das zelt die stellen aber dauernd das zelt war noch schon hier nachts haben wir auch noch nicht geguckt was nachts los ist ich will jetzt gerade mal gucken ob der noch da ist oder wie der da ist ah nein dann haben wir über diese kiste die ist offen dann waren wir schon da der ist doch nicht mehr da raum gewinnen war schon mächtig heute wieder jetzt gehen wir mal auf nacht nachts aufwachen allahop komm dann bist du aus holz ach man haben das ding vergessen da war doch noch am offens gebiet wo was ist denn jetzt der wald schrater nachts in die wald schwald onderweg dreistig wowo wo wo das machen die gegen죱 osicher und viele klasse oder haben wir doch nachts absch therapist oder was warte wollen die wald schrat Kloppte ich an den Kopf? Das sind doch ziemlich schnell, oder? Ich mache keinen Schaden. Was, der Ball gefüllt sich auch wieder? Aber die haben es mit dem Ballgefüllerei, die Typen. Und den Entwickler, ja. Wer will denn da hin? Bleib schon da? Schlachten! Stechen ab! Nur eine rohe Gewalt, Freunde. Ja, komm, das macht nichts. Weg da mit deiner Waldschade nachts. Da gibt's keinen Wald. Also gibt's auch keinen Schaden, ne? Das war ein Vierer, ich weiß es. So ist da, der schleucht sich. Der schleucht dich! Oh! Aufwärts war das? Oh! Pupu total! Ja, den kriegen wir. Der Wald, der Meister mit dem Ding. Der Stein oder was weiß ich, was der da ist. So, den hätten wir auch. Und zwar, ähm, langsam. Irgendwo am Anfang war noch ein Tonnenbusch, wo wir nicht durchgekommen sind. Das wäre nicht immer mehr. Und statt weniger, machen die da wieder ausstehen. Größe Tür, die ist zu. Nachts nicht. Achso. Ah ja, doch. Wie viel haben wir jetzt was gekriegt an Punkten schon? Nein, nein, die geben nicht viel. Die sind halt nicht so stark jetzt. Aber komm, die... Denn... Oh, die sind zu zweit. Warte mal, die sind ja... Die wissen genau, dass sie... Wenn sie leer sind... Kann man nicht durch. Oh, durch. Locken, äh, das parieren oder was das eigentlich ist? Muss ich noch ein bisschen üben. Der andere ist weg, hä? Der hat die Ding, die... Die Beine in die Hand genommen. Und hat gedacht, nee, ich lass meinen Bruder allein kämpfen. Ich... Mach mal was zu essen. Du kannst ja nicht... Aus jeder Empfehlung, das... Nein, jetzt. Warum denn? Flucht ergreifen schon wieder. Ach, Meck! Wow! Wir können also... Warte mal, Moment. Jetzt möchte ich nur mal ausprobieren. Sprinten? Oh! Spezialattache! Ohohohoho! Bruderhalle! Jetzt ist halt die Frage, ob ich da... Zurück. Ich weiß auch nicht mehr, wo das genau war. Da war ein Tonnenpust. Da hab ich sowas... Da konnte man ja nicht durch. Weil... Da hätte ich mich umstellen müssen. Aufs Nacht. Ach... Du krabbeln da... So viel rum. Warte mal, ich kann doch da hoch. Ob, das machen wir schnell. Das schaffen wir. Ach Gott, der verschwind. Oh, das ist schlecht. Immer auf der Hinterkopf. Oh, ganz... Oh, dumm. Achtung! Noch einmal! So! Hopp, hopp! So, liegt der? Ja. Oh, jetzt haben wir... Jetzt trinken wir mal. Warte mal. Wie war das jetzt trinken? Ähm... Trinken kann ich gar nichts. Warum nicht? Ich furcht, ne? Die wachsen gar nicht mehr noch. Ach du Scheiße. Irgendwo... Ja, mit dem Lebensbargewinn... Ach du Scheiße. Das ist ja noch einer. Wie viele... Wie viele Dinge haben wir? Oh! Später mal los. Ja, das ist eine Schweinerei, was du da machst. Oh, ne, ne, ne! Ach du musst da wieder nachsitzen wie in Lies of Pi. Der lebt noch. Oh, oh, das wird eng, Freunde. Du musst das Barriere üben. Der kommt, der kommt Ochs aus. Hoppes, stell dich jetzt nicht so aufgeschickt an. Weg. Ach, fuck. Der dreht sich auch noch rum, ja. Hast du verstehen, du? Jetzt Game Over. Fortsetzen. Verlassen. Angreifen. B. Ausweichen, wenn dein Angriff erfolgreich ist. Hast du vergessen, was ich dir beigebracht habe? Pseudo. Du bist nicht so stark wie die Kreaturen, die dieses Land aufgebaut haben. Ja, ja. Sag mal, ist das Rocklike oder was? Oder... Kommen wir jetzt ganz von vorne an wieder? Ne, scheinbar nicht. Ich muss da ans Zelt. Ähm, ich muss nachts. Ich hol mal jetzt mal die Rune wieder. Und lass alle... Ja, komm. Läuft ja auch schon wieder rum, du. Hau ab. Irgendwo ist unser Filz. Geh mal hoch. Die lassen wir jetzt alle links und rechts weg hier. Ja, wie gesagt. Das sind fort die Rune. Naja, oder? Das ist schade. Das ist aber jetzt nicht schön. Ach du Scheiße. Das ist Game Over. Wir haben verloren. Scheiße, halt so knapp vom Ziel. Ja. Das kann doch nicht sein. Die müssen doch da irgendwo... Der See ist bloß, ne? Das ist jetzt schon enttäuschend. Ja, das finde ich jetzt scheiße. Du darfst nicht sterben. Na, warum, ne? Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war mit dem Ding da, mit dem... Auf die Schnelle so... So unter Zeitdruck ein bisschen. Irgendwo ging es noch nebeneinander in so ein... so ein Gebüsch. Wenn ich recht weiß. Ah. Der Bischof die Zeit achte, ne? Von denen die dauernd gegen die, die du kämpfst. Ja, du. Nachts sowieso, ne? Ach du Scheiße. Oh. Was hat denn da eben verloren? Was war denn da? Was hat denn da dabei gehabt? Ein Messer, oder was? Kann ich das aufheben? Nein. Oder kämpfe noch ein bisschen. Ja, du musst das machen, wenn er spuckt. Ach. Wo ist denn dein Pfeil? Deine... Deine Markierung? Ich treffe den nicht, wenn ich da zurück werde. Du musst ausweichen. Ja. Wenn du ausweichst. Ja. Wenn ich treffe und dann ausweichst. Zack. Und... Du kannst gar nicht ausweichen. Doch, du kannst schon. Du willst noch nicht. Ah. Ja. Ja. Das ist schade. Ich habe 2.000 Punkte, oder was das sind. Points. Habe ich verloren, ne? Mal. Ein bisschen fort. Ein bisschen fort. Seht ihr nirgends? Normal müsste da... Da ist das Drecksvieh da. Au. Oh. Das war eine Backflaube. Ach du scheiße, Freunde. Also ist unser Lebenspark schon wieder leer, oder was? ja dann der scheiß kiste oder das ist schwer das ist jetzt auch fort unser zeit nachts ist alles weg witzlos oder oder liegt es jetzt bei dachtung das ist also weg was weg ist weg ich nehme will schneiden ja alles wer was weg ist weg 504 ich blicke das ist billig so sonnenblumen kommt nicht das überhaupt nicht mehr da ist jetzt nichts da aber nichts fort doch mal haben schon was verloren aber na ja also schon mal so wenn tags stirbst kannst mit kannst nachts mit einem holz mit einem holzkopf oder holzgestell und stehe ohne warte muss das immer mit alles weg das wachs nicht nur das zeit ist auch blöd und an schenster geht es nicht okay dann würde ich sagen wir machen wir finden so langsam finden wir uns eigentlich sehr langsam zurecht aber zurecht jetzt zurecht wie zu links oder durch marmon karten weil es reicht jetzt ich würde sagen wir sehen uns wieder wenn es nächste mal findet das gebüsch ok macht ihr bis dennne